Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zum Teil 2 der Geschichte von Emi. Ich habe jetzt hier ganz bewusst so wenig wie möglich rumgeschnitten, um die Geschichte von Emi und mir so detailliert wie möglich euch rüber zu bringen, um euch da ein bisschen zu helfen, falls ihr auch Probleme habt mit der Akne. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen haben solltet, dann ist der ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Teil 1 zu Emis Horrorgeschichte mit Akne. Ich hoffe, dass ihr daraus irgendwas mitziehen könnt, euch irgendwie geholfen ist damit. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Geschichte von Emi und mir mit unserer Akne. Viel Spaß dabei. Und da konnte ich immer noch nicht raus. Und dann habe ich halt den zweiten Monat angefangen. Habe dann halt auch manchmal so zwei Tabletten geschluckt, wie du es mir so gesagt hast, morgens und abends. Und ich habe das halt meine Ärztin, ich habe auch meine Ärztin gefragt und die meinte so, ich könnte ich auch zum Beispiel zwei Tabletten am Tag schlucken, das wären ja 40 Milligramm. Und die meinte dann irgendwie, das zerstört deine Leber oder so. Das ist auch so. Also das Medikament geht extrem auf die Leber. Das ist das Problem. Deswegen, wenn du aktuell noch nicht merkst, irgendwann merkst du die Nebenwirkungen. Also wenn die Ärztin dir sagt, dass du aktuell nur 20 Milligramm nehmen solltest, dann mach das auch wirklich. Ja, weil ich habe sie ja halt auch, also ich habe sie gefragt, meine Eltern fragen, ob ich vielleicht ein bisschen höher gehen könnte auf 30 oder 40 und so. Die hat dann gesagt, nein, wir bleiben erst mal auf 20 Milligramm und das ist jetzt mein dritter Monat mit 20 Milligramm. Erst hatte ich 10, zweit hatte ich 20 und jetzt hatte ich immer noch 20. Und vielleicht, da war ich so nach dem dritten Monat, Anfang dritter Monat, vielleicht so, vielleicht auf 30 Milligramm oder 40, keine Ahnung. Und Fakt ist so, wenn man auch 10 Milligramm sechs Monate lang benutzt, dann würde auch glaube ich die Akten verschwinden, oder? Also ich habe jetzt zwar keine 10 Milligramm, sondern 20, aber ich denke trotzdem, dass die Akten verschwinden würden. Schau mal, bei dir ist jetzt im letzten Monat so extrem viel passiert, oder? Ja. Mit 20 Milligramm ist so extrem viel weggegangen schon. Also ich bin mir 100% sicher, dass an deinem Geburtstag in drei Monaten, dass du fast keine Akten mehr hast, also nur noch Narben vielleicht. Aber die Akten, ich glaube, die wird weg sein bis Dezember. Ja, mich juckten solche Narben oder so ganz kleine Narben oder eben halt so Abdrücke oder so nicht so. Hauptsache die ist dann so weg so. Und ich kann so mit meinen Freunden chillen. Ich glaube es mir, ich bin zuletzt, ich bin jetzt 15 Jahre alt, ich bin zuletzt, als ich 12 war, ins Freibad gegangen. Das ist krass, dass es so früh schon passiert. Ja, und das ist bei mir mit 13 und 12 passiert, bei meinem Bruder war es auch so. Und ich bin zuletzt vor drei Jahren ins Freibad gegangen. Ich kann nicht mehr ins Freibad, weil auf der Brustmitte so, Rücken war voll, Rücken ist jetzt komplett weg. Also auf meinem Rücken ist gar nichts mehr, nur an den Schultern nur so zwei, drei Stück. Aber auf meinem Rücken ist gar nichts mehr. Und auf meiner Brustmitte geht es auch gerade weg so. Es ist auch so gut wie verheilt und auch so leicht Abdrücke. Und halt nur noch im Gesicht so. An meinem Kinn ist alles weg, an meiner Stirn auch. So richtig glatt, das fühlt sich voll weich an. Und da ist auch keine Ahnung. Ich habe ja auch so ein Bild geschickt auf Instagram. Da ist nur noch so ein ganz so zwei, drei Pickel oder so und vielleicht noch ein bisschen Abdrücke. Nur halt auf dem Wagen so links und rechts sind noch so, also man sieht es halt noch sehr, sehr krass. Aber es ist halt so am Verheilen so. Weißt du, ich meine, es ist genauso wie bei dir bei dem Drei-Monats-Update. Und dann habe ich halt auch gesucht, so Akne-Nomin, 20 Milligramm, habe ich in YouTube reingeschrieben. Habe dann halt dein Video dazu gesehen. Habe dann mir das auch ganz angeguckt, habe mir das sogar mehrmals angeguckt. Habe dann gesagt so, ja okay, ich würde es auch benutzen. Habe mich dann halt kontaktiert auf Instagram und haben mir dann halt so ein bisschen geschrieben, und du hast mich auch so eine Art aufgemontert, also bei mir ging das nicht. Ich konnte nicht mehr raus, irgendwie halt mit meinen Freunden sowieso gar nicht mehr raus. Irgendwie zum Döner holen konnte ich nicht mehr. Also meine Tante aus der Türkei war hier für zwei Monate. Und die sind in den Zoo gegangen, zusammen essen gegangen, überall so Parks gegangen und so weiter, Trips drin und so weiter, überall so Achterbahn fahren und so. Ich konnte nie mit mir, nie. Und ich bin immer zu Hause geblieben, weil 35 Grad war ich in meinem Zimmer, habe einfach YouTube geschaut, habe irgendwas geschaut, habe immer jeden Tag so Tabletten geschluckt und so. Er hasse vielleicht, ja, ja. Und dann irgendwann so, weil ich ja von der Schule geflogen bin und so von meiner alten Schule, fragen mich jeden Tag so, also wirklich so voll für den Mädchen. Ich sage zu denen gerade, ich bin in der Türkei, so, obwohl ich halt gerade nicht in der Türkei bin, trotzdem, weil ich mich halt einfach, weil ich keine andere Ausrede finde, fragen nämlich, ja ey, wann wollen wir uns treffen, können wir uns mal treffen, weil ich habe dich lange nicht mehr gesehen, ich habe dich nie gesehen. Manche Weiber, mit denen ich erst neue Kontakte habe, sagen auch so, ey, ich habe dich nie gesehen und so. Und die wollen mich halt unbedingt sehen, weil die kennen mich halt so, weil ich schicke denen immer so Bilder von früher, so, wo ich noch so richtig Babyface und so war. Die kennen dann, die kennen mich dann quasi, also die aus meiner alten Schule so, also in der sechsten Klasse, siebten Klasse und so, da habe ich noch keine Akne hatte, die kennen mich ja quasi so mit Akne so eigentlich gar nicht. Die haben mich erst so mit Ende siebter Klasse, Anfang achter Klasse so angefangen, so mit Akne zu sehen und so, es ist halt so krass. Ich war halt der Einzige, oder noch eine Mitschülerin hatte Akne, also auch sehr schlimme Akne in meiner Klasse. Und die hat, glaube ich, drei, vier Kilo Make-up in ihr Gesicht getan. Man hat halt richtig gesehen, dass sie das so versucht hat, richtig zu bedecken und so. Jeden Tag ist sie mit so richtig viel, ihr Gesicht war komplett weiß so. Und bei mir war es zwar nicht so heftig, aber auch schon so einigermaßen. Und dann, ja, es ist halt so krass, dass nur kein Mädchen mehr irgendwas von dir will, wenn du sobald du Akne hast und so. Und ich könnte so erwetten, wenn am Dezember es vorbei ist, dass wieder jeder, der irgendwie früher, wo ich Akne hatte, nichts von mir wollte, dass die halt alle wieder kommen und so, es ist halt einfach so krass. Also ich kann, ich könnte sagen, jetzt bei mir hat es angefangen, ich kann erst seit wirklich, erst seit locker zwei, drei Monaten, kann ich erst Menschen in die Augen schauen wieder, so ohne mich zu schämen, so. Das geht jetzt erst wieder. Und jetzt auch seit kurzem wieder Mädchen erst. Also ich schwöre, es hat so lange gedauert, bis ich Mädchen in die Augen schauen kann, im Gespräch die ganze Zeit so. Und seitdem ich das wieder kann, läuft wieder richtig. Also ich habe jetzt kein, jetzt ist wirklich alles wieder so, so wie früher fast schon. Ja, bei mir ist es halt so, ich gucke irgendwie jeden Tag so in den Spiegel und so gucke, ob es so Verbesserungen gibt und so. Oder wie ich so gerade aussehe. Und es wird wirklich jeden Tag von Tag zu Tag immer und immer besser, was mich auch sehr, sehr freut. Und so meine Mutter sagt auch zu mir so, freu dich doch. Und so, ich so, ja, ich freu mich. Bei mir ist es halt so in meinem Kopf. Ich gehöre am 28. und halt wie gesagt in Urlaub in so einem Hotel und so in Türkei. Und das sind dann auch so, das Hotel ist so der Kanton, und so das sind halt auch sehr, sehr viele Leute. Und da gibt es halt immer so morgens, abends und so Essen. Und das sind dann halt so voll viele Leute. Ich weiß ja nicht, wie ich das so dort da machen soll. Obwohl es halt mittlerweile so geht, aber trotzdem, man sieht es ja immer. Und ich weiß nicht, wie ich dann dort essen soll oder meine Aktenmonie so schlucken. Und so, ich muss halt das irgendwie dort halt hinbekommen. Und halt Aktenmonie war wirklich schon einfach meine letzte Lösung und so. Die Ärztin hat auch sogar gesehen, wie ich gelitten habe. Und so, die hat gesagt, ja, das bekommen wir easy. Und so, das werden wir schon hinbekommen. Und so, wenn ich das jetzt vergleiche, so mit damals, wo ich dort hingegangen bin, vor drei Monaten, das ist einfach sehr, 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 sehr viel besser geworden. Das ist, was mich auch sehr, sehr freut. Und wie gesagt, auch alle meine Kumpels und so, also wirklich fast meine ganze, also voll viele Leute aus meinem Freundeskreis hatten auch so Pickel und so Akne und so. Aber die haben es halt irgendwie einfach so akzeptiert. Bei denen war es halt so irgendwie so Akne, die erst gerade so zur schlimmen Akne wird. Das war ganz normal, so ein paar Pickel oder so Rötungen. Bei mir, ich habe es halt auch immer so, nie die Finger davon gelassen und so. Und heute, ich so, jetzt, ich fasse nie mein Gesicht an, ich reinige das nur morgens und abends, weil die Frau mir das gesagt hat. Ich habe auch, genauso wie du es mir gesagt hast, ich habe es ihr gesagt, weil ich habe so eine, bei mir ist immer die gleiche Ärztin und die guckt sich das halt immer so an. Genau, und diese wird immer und immer besser. Dann habe ich halt sie gefragt, sollte ich mein Gesicht mit so einem Reinigungsgel so waschen und so, weil das erhöht ja die Teigproduktion und bla bla bla. Da hat sie gesagt, ja, das sollst du trotzdem machen und so, weil der Teig musste aus meinen Poren irgendwie raus, hat sie gesagt. Und deswegen soll ich das halt machen. Also ich würde es jeden Morgen machen eigentlich. Also ich würde ja morgens immer empfehlen, weil ich finde zweimal am Tag zu viel für mich auch. Also wenn du machst, einmal am Tag finde ich besser. Guck mal, das Ding ist in mir, Akne kommt auch wirklich extrem viel von Ernährung und Energy und Alkohol sind zwei extrem schlimme Sachen. Also ich würde dir empfehlen, also musst du wahrscheinlich bis zu deinem nächsten Geburtstag, bis nächstes Jahr, kein Alkohol mehr zu trinken, mindestens bis dahin. Weil deine Leber muss sich davon erholen, von dem Akne und Ormin. Weil die wird jetzt in drei Monaten extrem im Arsch sein, also die wird immer mehr ein bisschen belastet. Und dann musst du auf jeden Fall deinem Körper was Gutes tun und erstmal locker. Ich würde dir empfehlen, bis zum nächsten Geburtstag. Ja, weil du hast ja im Video gesagt, man sollte die Gründe dazu wissen, warum man Akne bekommen hat. Und da kann man das ja auch dran hindern und so. Und bei mir war es halt, bei mir war halt, glaube ich, der Grund, mit Make-up einzuschlafen und so, nie zu reinigen und so. Also ich glaube, bei mir hat Ernährung irgendwie nicht so eine, hat auch so eine sehr, sehr große Rolle gespielt, aber nicht so eine große Rolle wie das Make-up. Und ich wollte dich was fragen, wegen einer Feuchtigkeitscreme. Meine Mutter hat mir jetzt eine Feuchtigkeitscreme von, wer? Du hast ja Öl benutzt, aber meine Mutter war halt beim Rossmann und so, da haben wir das halt eher so gesagt, das ist so das Beste und so. Und ich weiß jetzt nicht, wann ich immer das benutzen soll, so irgendwie nach dem Duschen. Oder halt, wenn ich mein Gesicht gereinigt habe, einmal am Tag oder zweimal am Tag. Oder wann, oder es ist ein Muss. Oder wann soll ich das immer machen, so muss man das? Guck mal, ich würde dir empfehlen, was ist meine Empfehlung, dass du morgens nach dem Duschen, also du gehst erstens einmal am Tag duschen morgens, dann kannst du dein Gesicht von mir aus reinigen und danach machst du das Öl rauf. Aber mehr machst du nicht. Dann bleibt es so und dann jeden Morgen wieder. Weil das Öl hilft, guck mal, wenn du nur dein Gesicht reinigst mit dem Reinigungsgel, was auch immer du da nimmst, dann wird dein Gesicht extrem trocken. Und wenn es so trocken wird, dann wird es Teig produzieren. Und mit dem Öl quasi gibst du von außen was rauf, dass der Körper nicht mehr so viel nachproduzieren muss, um die Haut feucht zu machen. Weil der Körper will die Haut feucht haben eigentlich. Er will nicht, dass die Haut trocken ist. Und wenn du dein Gesicht so reinigst mit dem Gel, ist die Haut extrem trocken. Merkst du wahrscheinlich auch, oder nicht? Ja, aber wenn meine Leber das ja nicht mehr verkraftet oder so, oder wenn es gefährdet oder so, dann darf ich das ja gar nicht mehr nehmen. Was soll ich dann machen, wenn ich diese Tabletten gar nicht mehr nehmen darf? Also guck mal, du musst es so sehen. Im letzten Monat ist so viel passiert. Mit 20 Milligramm hast du so krasse Fortschritte gemacht. Und wenn es jetzt mindestens genauso weitergeht, dann wird doch alles gut. Dann bist du vielleicht sogar schon November, hast du fast keine Arten mehr. Wer weiß, das kannst du ja nicht wissen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ja, bei mir waren halt auch irgendwie... Ich habe ein Bild von meiner Wange von mir. Das war damals, das war vor, wo ich gerade Akne bekommen habe. Das sah bei mir so... Das ist krass. Das ist wirklich... Bei mir sah es nicht mehr so schlimm aus. Ja, ich weiß. Bei dir sah es nicht so schlimm aus. Bei mir, ich weiß nicht, warum das so wurde. Und jetzt ist es halt einfach so... Diese roten Dinger sind halt so Akne. Das ist einfach quasi so fast schon so verheilt, was mich sehr, sehr freut. Es ist einfach krass, wie das bei mir damals aussah. So am Kinn habe ich nichts mehr. An der Stirn habe ich nichts mehr. Nur noch an der linken Seite von der Schläfer habe ich was. Und halt an den Wangen. Und so sonst eigentlich so so gut wie voll. So was mich sehr, 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 sehr freut. Könntest du jetzt schon rausgehen? Kannst du jetzt wieder zum Bäcker gehen und so? Oder geht es mir immer noch nicht? Jetzt zum Bäcker so. Das Ding ist, ich gehe irgendwie... Bei mir ist halt irgendwie schon so Alltag geworden, sodass ich jeden Tag zu Hause bleibe wegen der Akne. Ich will halt irgendwie vielleicht so Mitte, vierter Monat oder so, dass ich dann halt wieder so einen normalen Alltag finden könnte. Eigentlich wollte ich bis Dezember irgendwie versuchen, und irgendwie noch so halt so gut wie Kontakt zur Außenwelt halt so zu vermeiden. Ich bin jetzt quasi wirklich jetzt locker seit fünf oder sechs Monaten nicht mehr rausgegangen und bin jetzt nur zu meiner Ärztin gegangen und voll viele Leute fragen sich auch, ey, was mit E-Mail los und so. Warum kommt der nicht mehr raus, wie ist das? Und ja, deswegen voll viele Leute fragen auch meine Mom. Also meine Mom ist Freundin, die fragen auch meine Mom, so ey, was ist mit E-Mail, weil die sehen wir gar nicht mehr und so, wie ist das? Das ist einfach so ein schönes Gefühl, so einfach nicht mit seinen Freunden zu chillen, rauszugehen. Glaubst du mir, dass bei mir... Ich habe alle meine Freunde verloren damals wegen Akne. Ich bin... Also bei mir... Ich habe Kontakt abgebrochen zu allen. Ich habe mein Handy ausgemacht und mein Kontakt war weg zu allen, zur ganzen Außenwelt. Ich habe ein halbes Jahr lang, habe ich niemandem mehr geantwortet. Alle haben mir geschrieben, alle wollten mich sehen, wollten wissen, was los ist und ich konnte nicht schreiben. Ich habe mich so geschämt dafür, dass ich denen nicht rausgehen kann. Ich habe mich so extrem geschämt und habe einfach alle meine Freunde verloren. Jetzt bin ich gerade an dem Punkt, so dass ich fast wieder, wenn ich sogar ein besseres Leben als vorher habe. Ich will halt, ähm... Wie gesagt, das ist halt immer so ein Ziel von so Jungs, so immer so halt reine Haut zu haben. Aber ich sehe so alle meine... Also, früher hatten so fast alle meine Freunde so Akne und so... Mittlerweile so fast... Also, wie gesagt, ich war ja einer der Ersten aus meiner Klasse, jeder aus meiner Klasse. Es gab so ein Kumpel von mir, es gab zwei Kumpels von mir, das war meine so Clique in meiner Klasse, das war meine besten Freunde, ich habe mit denen alles gemacht. Die haben wirklich ohne Spaß nie einen Pickel bekommen, nie. Nie. Und die haben halt einfach gesagt so, ja, ich habe dann gesagt so, hey, warum bekommt ihr nie so ein Pickel, nie so Pickel oder so? Haben die gesagt so, ja, Junge, wir duschen immer so warm und so oder irgendwie so. Das ist halt immer so eine Scheiße einfach gelaber und ich weiß einfach nicht so, warum. Wieso bekommen halt andere Leute Pickel oder... Und die anderen Leute halt... Das ist einfach unfair. Ich kann es ja einfach genau so sagen, dass manche Menschen haben halt... Dürfen essen, was sie möchten, bekommen keinen nur einen Pickel oder Akne und manche Menschen bekommen halt von so Kleinigkeiten direkt Pickel. So, das ist einfach ungerecht. Das ist einfach so, musst du akzeptieren, so. Ja, ich sehe halt auch zum Beispiel Leute, die wegen einem Pickel oder wegen zwei oder drei, vier Pickel rumheulen. Ich meine, Junge, ich hatte Akne, also die Akne hat mein ganzes Leben zerstört. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Loris kennst? Ja, die haben auch Akne gehabt, ich weiß. Ja, also Heiko hatte, dieser Heiko hatte auch Akne und ich habe auch seine Videos dazu angeschaut. Und so, der hat auch so ein Make-up. Der hat auch so ein Make-up benutzt oder so. Und bei ihm war es halt auch... Ich weiß nicht, warum er nicht Akne-Nominien genommen hat. Keine Ahnung, warum. Also, er hat irgendwie nie was von Akne-Nominien erzählt. Er hat irgendwie nur was mit einer Creme oder so erzählt. Ich weiß es nicht. Und deswegen, so, keine Ahnung, warum er nicht Akne-Nominien bekommen hat. So, weil ich muss dir ehrlich so zugeben, ich habe, du kennst ja wahrscheinlich TikToks, ich habe halt so ein paar TikToks angeguckt. Und dann habe ich halt irgendwie so Leute gesehen, wie ich meine Akne losgeworden bin. Und irgendwie so erst zum Beispiel... Es gibt so ein Lied auf TikTok, es heißt so Akne-Nomin-Check. Und dann zeigen die erst so Bilder, wo die so Akne haben. Und dann nach Akne-Nomin, wie die jetzt auch so aussehen. Ich dachte mir so, what the fuck, wie geht das und so. Habe mich auch so ein bisschen recherchiert, wusste dann, dass es so Rezept-Verschreibungspflichtig ist. Und diese Nebenwirkungen, Selbstmordgedanken... Hattest du irgendwie Selbstmordgedanken? Ja, aber ich hatte auch schon vorher, wegen der Akne halt. Also die Akne hat bei mir auch wirklich alles gut gemacht. Bei dir bestimmt auch, weil das, wenn du nichts... Guck mal, das Einzige, was im Leben zählt, ist, dass du glücklich bist und Spaß hast. Und wenn du keinen Spaß hast, dann gar nichts mehr, du nichts machen kannst, dann ist dein Leben quasi nichts mehr wert in dem Moment. So war es bei mir zumindest. Ja, bei mir war es auch so. Ich dachte einfach, wenn ich mich irgendwie selbst... also während die sehr, sehr schlimm geworden ist, dachte ich so, ja, wenn ich einfach so sterben würde oder irgendwie mir das Leben nehmen würde, dass es so viel einfacher wäre, dass ich so gar keine Probleme hätte und irgendwie so gar nicht mehr mich um die Akne so kümmern müsste und so. Und dann, ja, Selbstmordgedanken so an sich, so halt das war davor, also während der Akne nur Minutes habe ich irgendwie nie selbstmordgedanken. Ich habe manchmal so, musste ich manchmal irgendwie weinen, weil ich irgendwie an so besondere Menschen in meinem Leben gedacht habe, die ich jetzt normalerweise nicht mehr, die ich halt nicht mehr sehen kann und so. Segen der Akne und so. Ich hatte auch manchmal so Weinkrämpfe und so, hab dann irgendwie einfach mal angefangen zu weinen und so. Aber irgendwie so andere Nebenwirkungen, dass man irgendwie Dinge sieht oder so. Also bei mir war es irgendwie nicht so. Ich habe halt irgendwie nur mich quasi so, wie gesagt, so Akne. Und wenn ein Typ war, also wenn ein Mensch Akne hat, dann verliert der einfach so gut, wie den Kontakt zu außen. Es gibt ja manche Leute, die ich auch vollkommen respektiere, die mit Akne halt noch rausgehen, in den Bus gehen und so. Das juckt die so gar nicht. Das juckt die gar nicht so. Aber bei mir ist halt so, ich werde von den anderen so akzeptiert werden. Und das werde ich, wurde ich. Also heißt es, wurde ich? Wurdest du. Ja, ja, ich wurde halt nicht so akzeptiert, wie ich bin so. Auch wenn immer so weibere so gelacht haben und so wie über mich in der Schule. Das hat mich immer so richtig aufgeregt so. Und ich konnte teilweise, also wie gesagt, Toilette und so, Hände waschen und so. Auf den Boden geguckt, weil vor uns war immer so ein Spiegel und auf den Boden geguckt so. Immer wollte ich mich quasi selber nicht mehr sehen. Ja, man, das ist einfach, das ist einfach so ein Leben zerstört, so Schule, Leben zerstört, so Schule quasi rausgeschmissen wurden, Freunde verloren, mich immer rechtfertigen zu müssen von anderen Leuten, wenn die mich gefragt haben, ja, ey, hast du Make-up, blablabla und so dies, das. Und allein schon, wenn ich, bei mir war es so, erstes Mal Arzt, also ich bin, also erstes Mal bin ich zum Arzt gegangen und da musste ich nur Blut abnehmen. Und da habe ich auch direkt irgendwie kein Akten, nur mir nur so verschrieben bekommen. Die mussten erst mal mein Blut abchecken. Und dann, so bei dem zweiten Mal habe ich dann Akten, nur mit verschrieben bekommen, auch so mit Kapuzze hingegangen, so mit so einem Pulli so bei richtig Hitze. Dann bin ich bei dem zweiten, bei dem dritten bin ich dann, also gestern oder vorgestern, bin ich, da bin ich halt zum ersten Mal halt einfach Dings so ganz gechillt so dorthin gegangen, einfach so, weil die Akten, wie gesagt, so Dings ist, halt so fast vorbei ist. Und meine Ärzte hat auch zu mir gesagt, jetzt musst du deine Haare nicht mehr so runter machen, so die Stirn sofort, weil die Stirn komplett so verhalten ist. Und einfach sehr, sehr gutes Gefühl. Bei mir ist es so, ich habe, also ich war halt an der, so an der Rezeption dort und hab halt so gesagt, so ja, ich habe heute einen Termin, bla bla bla. Und die achten gar nicht so auf die Akne, so die haben mich einfach so ganz normal als Mensch geguckt, so hast du einen Termin, ich so ja, bla bla bla, die haben dann so weitergemacht, so an dem Computer, so an dem Warteplatz, Platz und so, die haben eigentlich, die behandelt einen sehr, sehr gut so, weil die wissen glaube ich auch, wie man so leidet und so, aber die haben so gar nicht, also in dem Moment dachte ich einfach so, ey, ich habe gar keine Akne, weil die hat mich irgendwie, ich habe keine komischen Blicke von ihr so bekommen und bei dir dort wahrscheinlich auch irgendwie so ein Plus mäßig, so dort irgendwie wahrscheinlich so halt Glück wegen deiner Mama, weil die ist ja auch Kosmetikerin und dann könntest du sie halt so voll für die Dinge fragen, die du irgendwie halt nicht weißt, was dagegen hilft, was dagegen gut tut. Voll ich würde sagen auch irgendwie Apfelessig oder so, tut auch anscheinend voll gut. Ja, habe ich auch. Und ich will halt, ja, ich will halt irgendwie, wollte ich auch dich fragen, irgendwas irgendwie jetzt außer die Ernährung streichen oder so, weil ich das halt so gut wie auch gerade so streiche, was die Verheilung verschnellern könnte. Also guck mal, das ist wichtig, dass du dem Körper, also Flüssigkeit ist extrem wichtig, der Körper muss sich quasi... Ja, ich trinke sehr, sehr viel Wasser. Ja, okay, weil ich habe früher auch schon vier Liter Wasser am Tag getrunken, so mache ich immer noch, weil Flüssigkeit ist mit am wichtigsten. Das ist der wichtigste Tipp, das ist für alle Sachen, wie Flüssigkeit einfach zu finden. Nur Wassertrinken und Flüssigkeit. Und dann eben auf, die zwei wichtigsten Sachen ist Zucker und Alkohol und Fett. Also du musst darauf achten, dass du nicht fettig bist. Und Milch, glaube ich. Also tierische, generell tierische Produkte. Also Milch kannst du ja komplett verzichten, weil Milch ist ja einfach so. Diese andere Milch, ich weiß, es schmeckt eh leckerer, also für mich zumindest, also das ist kein Problem wahrscheinlich, oder? Ja, weil irgendwie ich kann, ich habe voll Angst, so irgendwie Konflex zu essen mit Milch oder so, weil voll viele sagen, so ja, Milch ist so Gift und so Milchprodukte und so, das zerstört auch einfach deine Haut so quasi und Milchprodukte tut einfach deine Haut nicht gut. Ja, ist auch so. Also das ist 100% so. Da musst du, die musst du erstmal wegstreichen wahrscheinlich, weil deine Haut, wenn du die Aktionomien absetzt, musst du deine Haut wieder so einspielen auf Normal-Level. Und wenn du dann direkt anfängst, richtig viele Milchprodukte zu essen, tierische Produkte zu essen und sagen wir Alkohol trinken, dann wird deine Haut normal wieder schlechter. Nein, ich trinke nie Alkohol, also ich habe auch noch nie Alkohol getrunken, aber ich habe auch meine Ärztin gefragt, so wegen allem Absetzen und so, bei dir kam ja die Aktion nicht wieder, weil ich habe auch deine ganzen Videos so gekauft, so sechs Monate, du hast ja geschrieben, so ja, Akne-Nomien abgesetzt und so, bei dir ist das nicht wieder gekommen und so und wie gesagt, ich habe alle deine Videos so angekommen, Thema Akne, auch so Thema Käfer, weil das auch mich so interessiert hat. Aber, ich habe auch meine Ärztin so gefragt, so kann es sein so, die hat gesagt, bei 95% heilt es, also kommt es nicht wieder, bei den 5% vielleicht wieder, kommt es vielleicht wieder. da hat sie gesagt, da müssen wir halt wieder eine zweite Behandlung machen oder so hat sie dann gesagt und ich habe sie auch gefragt, was ist, wenn es in den sechs Monaten nicht so verheilt ist, so dann hat sie, also ich denke sehr, also bei dieser Entwicklung, bei dieser Schnelligkeit, denke ich auf jeden Fall dazu, in sechs Monaten eine sehr, sehr schöne reine Haut aus, weil du wirst dich selber nicht mehr wiedererkannt, hat sie zu mir gesagt, aber wirklich, wenn es wirklich so nicht wieder sein sollte, was ich zwar nicht denke, aber wenn es nicht so sein sollte, dann tun wir vielleicht so ein bis zwei bis drei Monate drauf. Ja, das kann man machen, das ist kein Problem. Ja und das Einzige, sorry, und das Einzige, was ich gerade will, ist einfach so bei meiner Freundin zu sein, so halt in den Arm zu leben und irgendwie mit ihr den Tag zu verbringen, die will sich auch jeden Tag mit mir so quasi treffen und so halt austauschend reden, aber es geht nicht, ich kann nicht, ich kann es, weil ich nicht will, dass sie mich so sieht, so wie ich gerade bin und obwohl ich könnte es ja jetzt so, weil es jetzt nicht so schlimm ist, wie früher, aber es ist halt immer noch so, ja. Glaubst du mir, ich glaube, dass du heute in einem Monat, also Ende September auch, dass du da schon mit deiner Freundin dich wieder treffen kannst, ich glaube, dass jetzt in einem Monat ab heute, dass du sozusagen so fast zufrieden bist und rausgehen kannst wieder. Ich glaube, ein Monat wird, ich hoffe, ich hoffe, ja, ich hoffe. Ich bin davon überzeugt, deine Stirn ist so viel besser geworden und wenn die Wangen jetzt auch nochmal besser werden, musst du überlegen, weil guck mal, irgendwann musst du ja anfangen, dich zu akzeptieren so und dann wieder anfangen, fang an, zum Bäcker zu gehen und morgens wird deine Mutter, sag deine Mutter, du willst dir ein Gefeind tun, willst du zum Bäcker gehen oder willst am Sonntag für alle Brüche oder so, fang wieder an, so ein bisschen Spaß zu haben, verstehst du, wenn du so lange, wie du zum Beispiel, ja, ja, und du so lange keinen Spaß mehr am Leben hast, irgendwann, das Mann wird davon verrückt. Ja, meine Mom, meine Mom sagt auch manchmal zu mir, ey, kannst du kurz Brot holen gehen, das war diese Zeit, wo die noch sehr, sehr schlimm war, die Akne, ey, geh mal ein bisschen Brot holen, ey, geh mal das holen, ey, geh mal das holen, ich konnte nicht, ich habe immer gesagt, nein, sorry Mama, ich kann nicht, es geht nicht, also ich konnte ihr nicht mehr so die Art gefallen tun, nur so, ich konnte nicht mehr bis, die Erwartungen halt geben, was sie von mir so möchte oder verlangt hat, so, es ging nicht mehr, auch immer wenn Besuch kam, immer die ganze Zeit oben in meinem Zimmer geblieben, nie runtergegangen und so, bla bla, auch wenn voll viele schon zu mir so gesagt haben, ey, Junge, deine Haut ist voll gut geworden, so, dieses, weil alle meine Freunde denken, so, ich habe immer noch so, also alle meine, ich habe zu meinen Freunden, zu meinen Freunden einfach so gesagt, ey, das ist schon verheilt und so, ich habe voll reine Haut und so, wie ist das und so, und dann sagen die, ja, komm, lass uns mal treffen und so, bla bla bla, ich gehe auch jetzt, ich bin ja auch jetzt, ich gehe auch zum, also, ins Fitness, und hier bei mir gibt es in der Nähe, so, fünf Minuten entfernt oder so, ich gehe nicht dort hin, ich gehe in Stuttgart, so, Zentrum, so, das ist halt so, McQuade mäßig, da gehe ich, das gehe ich immer mit meinem Bruder hin, weil ich da sowieso fast so keinen kenne und so, da ist auch immer fast leer, und da trainiere ich dann so, wie ich selbst, bla bla, alles mögliche und so, hab dann, mach dann so Spotify Playlists und so, ich setze meinen Kopf raus und vergesse die Außenwelt, so, trainiere einfach so für mich so Paschen und das, das tut mir auch wirklich so gut, weil ich vergesse dann einfach alles andere, man vergesse dann auch quasi so die Akne, so, ich will einfach, ich will einfach, dass die Akne so verschwunden ist und ich, mich wieder mit meinen Eltern irgendwo hingehen kann und, ähm, irgendwie halt, wenn sie denn essen gehen kann oder mich in den, wenn ich mich in den Spiegel so anschauen kann oder so, glaubst mir, manchmal, wenn ich aus dem Duschen so rauskomme, bin ich, gucke ich so, also, bei uns ist so Spiegel so sehr, sehr, sehr hoch und auch im Stehen so, könnte ich so mein Gesicht so sehen, ich muss mich irgendwie nicht so runterdrucken oder so und ich drücke mich halt immer extra runter, um mich nicht so im Spiegel so zu sehen, das war auf jeden Fall früher so, das war auf jeden Fall früher so, aber jetzt so, ähm, sehe ich so, gucke ich in den Spiegel und sehe jeden Tag, jeden Tag Verbesserung, meine Mutter sagt so, oh mein Gott und so, äh, meine Mutter hat auch gestern zu mir gesagt, ey, hast du irgendwie wieder Make-up oder so drauf getan oder so, weil ich so, nein, warum denkst du das? Und dann sagt sie so, ja, guck mal, weil man es so gut wie gar nicht mehr sieht oder so und wie gesagt, bei mir war das Schlimmste, so nach der Schule, im Bus, in dieser Hitze so und bei mir, glaubst du mir das in der Klasse, wenn die Sonne so auf einen geschehen hat oder so, in dein Gesicht, dann hat man es ja quasi auch so eigentlich gesehen und ich hab da immer meine Herren gesagt, können wir bitte Sonnendinges da runter machen und ich will bitte und so und die ist ja so, warum und so, bist du ein Vampir oder so? Ich so, nein, ich war einfach nicht so, das ist voll hell und so, bla bla bla, immer wenn die Klasse voll hell war, ich konnte mit keinem reden, keinem angucken, das ist heftig, ich bin nicht mehr in den Pausen, ich konnte nicht rausgehen in den Pausen, weißt du, weil ich hatte keinen Bock, dass ich mich alle angucken, ich konnte in den Pausen, ich bin in der Klasse geblieben, ich konnte nicht rausgehen, weil draußen, also ich, ja, ich war, ja, sorry, also rede ich weiter in den Wildskurs, alles gut, alles gut, ich war bei, also bei mir war es immer so, hab ich auch vergessen zu sagen, in den Pausen, ich schwöre sogar auf alles, in den Pausen, bin ich immer auf die Toilette gegangen, ja, weil bei uns war es immer so, die, also wenn du in so einen Pausenhof so gehst, da links ist direkt so eine Toilette, und dann bin ich dann immer hin, hab dann immer so an mein Handy gechillt und so, hab dann immer gewartet, bis die Glocke so gelöntet hat, und dann bin ich da einfach rein, so während ich auf den Boden geschaut hab, und so wie ist das, ich bin dann immer so, ich konnte nie irgendwie, weil es gab so eine, also wir hatten auch so einen Platz, wir nannten den Roter Platz, weil es so ein Gummipplatz ist und so, da haben manche Fußball geschickt, manche drauf gechillt, und ich konnte nie zu meinen Freunden oder nie neben meinen Freunden sitzen, weil ich einfach gemerkt hab, dass sie das wissen, das ist was ich so Make-up getragen hab und so, und das für mich einfach nicht akzeptieren, so wie ich bin, und so hab ich halt jeden Tag mit der Angst gelebt, dass mich wieder irgendjemand anspricht, ob ich Make-up hab oder so, die ich das, oder Make-up trage, und mittlerweile so, das heißt, es scheiß ich so quasi drauf, so was anderes über mich so quasi denken, so, so wie gesagt, so wenn ich, wenn die Akte vorbei ist, dann, ähm, keine Ahnung, dann will ich sogar, ich hab sogar mir vorgenommen, dass ich dann irgendwie anderen Leuten, die Akne haben, aus meinem Umfeld helfe, und sag, und meinen Arzt empfehle, weil meine, von meiner Freundin, also von meiner damaligen Freundin, die ich jetzt Schluss gemacht hab, ihre Freundin hat auch Akne, und die fühlt sich sehr, sehr unwohl, ich hab zu ihr gesagt, ey, guck mal, das ist mein, und das sind so die Tabletten, sechs Monate immer, in jeden sechs Monaten musst du, also in jedem Monat von den sechs Monaten musst du mal einmal Blut abnehmen lassen, das ist wichtig für die Leber, die müssen deine Leber checken, ich hab alles über Akne-Nomie ihr erklärt, und halt auch die Tabletten und so gezeigt, und dann sie sich auch bei mir sehr, sehr bedankt und so, und guck mal, wenn ich schon so hilfreich bin, obwohl ich immer noch Akne habe und so, dann nie werde ich dann wohl sein, wenn ich keine Akne mehr habe, ich werde überall so posten, so quasi so, ey, so bin ich meine Akne losgeworden, so bin ich meine Akne losgeworden, so, und meine Mom und mein Dad, so, müssen halt immer zur Apotheke für mich gehen, und deshalb die Akne-Nomie halt für mich holen, die Tabletten, und weil ich selber halt noch nicht dorthin gehen möchte, so, und, ähm, wie gesagt, so, ja, ähm, ich muss halt einfach so noch ein bisschen aushalten, so, noch zwei, drei Monate, so, und, das ist, ich freue mich schon, und, ja, man. Also, Emi, ich wünsche dir, dass du nächsten Monat schon zur Apotheke gehen kannst, und die Tabletten holen kannst, und das wünsche ich dir vom Herzen, dass das dann schon funktioniert, dass du das dir erlaubst, quasi im Kopf, dass du da hingehen kannst, so. Ja, bist du, bist du selber gegangen, oder? Ich bin selber gegangen, ja, ich bin oft selber gegangen, aber, aber ich, es war schwierig, weil, guck mal, ich habe immer böse geguckt, weil ich, ich, ich konnte nicht, ich konnte nicht lächeln erstens, und ich konnte den Menschen nicht angucken, alle, alle dachten immer von mir, ich bin übelst arrogant, oder, keine Ahnung, weil ich die nicht angeguckt habe, und einfach, die, das war, alle dachten, ich bin so extrem unfreundlich, und, keine Ahnung, bin, ja, schlimmer Typ, aber, ich konnte, ich konnte die nicht angucken, ich habe es manchmal, ich habe es durchgezogen, ich bin, ich bin zum Sport gegangen, ich habe alles gemacht, trotzdem noch, aber ich habe niemanden angeguckt, ich habe nur auf mich selber geachtet. Ja, im Sportunterricht war es auch bei mir, so, so, quasi am schlimmsten, weil ich ja auch auf dem Rücken, und so, unten in der Brustmitte, und so hatte, da bin ich dann immer irgendwie, so kurz Toilette, ja, hab mich dann dort umgezogen, und Gesicht und so, war sowieso, so, katastrophal, das war aber mittlerweile, ja, wie gesagt, damals so, das war sehr, sehr schlimm, und, wie gesagt, deswegen, bin ich dann halt immer so, auf die Toilette gegangen, hab halt dort mich umgezogen, so, und, bin dann wieder so raus, und so, warum gehst du in die Toilette, und so, ich so, ja, musst du kurz irgendwie pissen, oder irgendwie so, oder so, oder hatte Bauchschmerzen, oder irgendwie so, und im Sportunterricht dann, irgendwie bin ich, geschwitzt hab, oder so, hatte ich irgendwie Angst, dass man das mehr erkennt, Ja, ich weiß, das ist aber auch so, wenn du schwitzt dann, dann, diese, diese, abdeckcreme, die löst sich ja auch auf, wenn du schwitzt ein bisschen, und dann sieht man das viel mehr, das war bei mir auch so. Ja, und dann hab ich dann gesagt, so, wollte ich dann immer so, ähm, halt quasi, ich, wie gesagt, ich konnte mich nie neben irgendjemandem hinsetzen, ich bin immer, ich stand immer so, und auch in der Schule hatte ich keinen Sitznachbauer, weil ich wollte alleine sitzen, ich hab gesagt, musste ich irgendwie das selber versuchen, hinzubekommen, konnte ich niemanden irgendwie fragen, weil, ähm, weil, bei mir war es, glaube ich so, Hälfte der Klasse wusste, dass ich das benutze, und die Hälfte der Klasse, so, generell von den Jungs, war es eigentlich so, scheißegal, oder die wussten was gar nicht, oder haben es gar nicht irgendwie gesehen, oder so, nur die Weiber, nur den Mädchen ist es, also, es ist immer aufgefallen, Ja. und, ähm, dann jedes Mal, so jeden Tag, ey, Dicker, schminkst du dich, ey, Dicker, das sieht voll so aus, als hättest du so eine Creme so drauf, so Optikkreme so drauf, und so, wusste halt immer nicht, wie ich antworten soll, immer so, keine Ahnung, Dicker, warum das bei mir so aussieht, das sieht halt einfach so aus, oder so, keine Ahnung, warum das so ist, oder so, oder ich benutze kein Make-up, oder irgendwie so, ich war nicht mehr manns genug, um das zuzugeben, so, weisch? Ja, ist, ist sehr schlimm, Dicker. Habe, wie meinst du das? ich hab, ich hab, also, es sind ja gerade Ferien so, und, ähm, wir haben auch jetzt bei Ernstchen schon so, ähm, halt mich angemeldet, und so, bei mir, ich will halt erst so, das ist, ich weiß, es geht zwar gar nicht, aber ich will halt lieber erst so, Mitte November so gehen, so, weil, ich weiß nicht so, weil, ähm, ich hatte ja auch, ähm, halt, ähm, ich musste, also, wie, also, ich hatte ja, also, die ersten Soziastrumpen, ich hatte ja auch mal so, also, die ersten Soziastrumpen nicht bekommen, und dann hab ich halt immer irgendwie so, weiter Scheiße gemacht, damals, wo ich noch in der Schule war, ähm, weil gab es Stress oder so, in der Schule, das war immer so ich, okay, und, ähm, deswegen hab ich auch immer so Soziastrumpen bekommen, die ich dann auch teilweise auch erfüllt hab, oder beziehungsweise gar nicht erfüllt hab, und entweder halt erfüllen musste, oder Geld bezahlt hab, und bei mir ist so, ich zock, can you save Fortnite, can you save? Ja, klar, natürlich. Ja, 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 und bei uns ist so, die letzten 4, 5, 6 Monate war immer so, zu Hause geblieben, gezockt, gegessen, die saß, und halt nebenbei, Akne, und dann hat man so geschluckt, und da, ich hab halt so, auch mit Zocken, so ein bisschen mein eigenes Geld zu verdienen, konnte das dann auch zum Glück auch bezahlen, also das Geld, was ich bezahlen musste, und meine Eltern es auf keinen Fall bezahlen wollten, und so, und ich wusste, wenn ich die Soziastrumpen nicht mache, und was Geld nicht bezahlt, dass ich dann in so einen Jugendknopf komme, und das wollte ich halt nicht, und deswegen, ähm, ja, das ist halt so, guck mal, ich war quasi auf dem Berg quasi, ich war so, auf dem Höhepunkt meines Lebens, ich konnte alles machen, was ich will, so, ich konnte überall hingehen, mit meinen Freunden alles essen, so, und auf einmal, auf einmal nichts, komplett den Kontakt zur Außenwelt verloren, keine sozialen Medien, also sozial, gar nicht mehr so, halt, wie du sozial war ich aktiv, so auf Insta, auf Snap, immer, aber draußen so, in real life, gar nichts mehr, gab gar nichts mehr, weil ich, niemand sieht nicht mehr quasi draußen, und wenn ich, wenn ich rausgehe, halt nur zu meinen, Ärzten jetzt halt, bei mir war es so, ich war, wo ich zum ersten Mal, 20 Milligramm verschrieben bekommen habe, also ich bin, ich hatte halt bei einem ersten Mal, oder 10 Milligramm, und dann war ich halt dort, bei einem zweiten Monat, so, wo ich mein Blut abnehmen, abnehmen lassen musste, habe ich sie gefragt, mich voll fragen, ob ich von 10 auf 20 hoch gehen könnte, die so, ja, okay, dann machen wir 20 und so, die ist das, weil deine Leberwerte sind alles perfekt, und, und davor muss ich dreiviertelstunde im Wartezimmer warten, und dreiviertelstunde im Zimmer von der Ärztin drin, weil im Wartezimmer, beim Wartezimmer waren voll viele, aber da war so gut wie keiner von Akne betroffen, da waren irgendwie, ich habe so im Gespräch mitbekommen, die eine hatte, glaube ich, Hautkrebs, und, und halt deswegen so, aber keiner, so gut wie keiner hatte irgendwie Akne, und ich weiß gar nicht, warum die dort hingegangen sind, so, weil da waren auch eher so ältere Menschen, so sehr, sehr alte Menschen, so, und deswegen bin ich dann so nach den 43 Stunden drangenommen worden, und dann nach den 43 Stunden ist dann die Ärztin gekommen, und so, quasi muss ich dann so fast zwei Stunden, oder so, so eineinhalb, fast zwei Stunden einfach dort, und das ist einfach so krass, aber was man halt nicht für Akne macht, so, ne, und, ich bin da, bei mir ist so, ich habe noch keinen Monat irgendwie so sitzen, ich gehe jeden Monat dorthin, lasse mein Blut abnehmen, so, und wenn mein Vater mal irgendwie arbeiten muss, oder so, nimmt er sich extra frei, oder nimmt er sich quasi so zwei, drei Stunden frei, um mich dort hinzubringen, und so, was ich ja sehr, sehr zu schätzen weiß, und, oder, wenn mein Vater wirklich gar nicht kann, dann meine, meine Mom, oder meine Mams Freundinnen, oder irgendwie, halt irgendwie so, oder mein Bruder, obwohl der mich sowieso nie fährt, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie nicht so ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder, und, ähm, ja, deswegen, ja, so, das ist mein Leben. Alles klar, Emil, ähm, ich muss leider los, ich habe ein Treffen gleich, ähm, ich würde mich freuen, wenn du an dem ersten Schultag, wenn wir dann nach dem ersten Schultag uns wieder hier hören, ich meine, dann hören kann, wie es dir geht, wenn du zum ersten Mal in der Schule warst, so, und zum allerersten Mal Menschen wieder in die Augen schauen konntest, weil das wird, glaube ich, dein Leben verändern, dieser Tag. Das wird, das wird auch mein Leben verändern, dass ich wieder mit voll vielen Mädchen reden kann, und so weiter, das wird auf jeden Fall. Da habe ich richtig Lust drauf, also, ich würde es extrem gerne hören, wie sich das dann bei dir so entwickelt, in der nächsten Zeit. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, okay, ich muss leider los, wie gesagt, ich habe einen Termin, ansonsten wünsche ich dir alles Gute, du schaffst das, ja, es sind nur noch ein paar Wochen, bis du durch bist, bald geschafft. Ja, vielen Dank, ja, ich weiß, danke schön. Kein Problem, Mann. Okay, dann wünsche ich dir was, ja. Ja, dir auch, alles Gute, ja. Okay, ja. Ciao. ciao. Oh, krass, Mann.